Na, ihr Nudeln? Habt ihr wieder eingeschaltet? Ich bin Kite und meine Seite ist... DEMENZIO! Kite hat den Sternenrang. Ich bekomme das hat Dementio natürlich gefreut. Ja und er hat wieder so hämisch gelacht. Ich könnte ihm ja jedes Mal dafür eine reinhauen, aber dann würde er, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr aufstehen. Ich brauche mein Geschenk, oder? NEIN! Nein, weil der Fettsack so gehüpft hat! Ja, so ist er immer auf mein Gebirn gespringt! Schon sind wehig! Ich habe noch nichts für! Ich bringe meine Geschenk auf mein Gebirnung erstes Mal! Das hat weh getan! Jammer doch! Ah, ich zeig dir hier nicht nach! Los, Yoshi! Los, Yoshi! Los, Yoshi! Schützt Mario runter! Ah, mir kommt irgendwie vorbei! Ja, Yoshi meine ich ja auch! Ah, Luigi ist doch scheißegal! Ja! Schön gemacht, Yoshi! Aber du hättest ihn runterschubsen müssen! Wer? Yoshi hätte DICH runterschubsen müssen! Ja, Yoshi kam froh sein, dass er überhaupt nur drauf war! Ja! Na, wer gewinnt! Ja, ich bin auch gespannt! Ich hoffe das Beste für den Computergegner! Und wie immer hat mich der Computergegner enttäuscht! Dieser unfähige Hund! Du bist auch mal gebirgelt, gesprungen und runtergeflogen, ey! Ja! Manchmal hat man halt eh ein extremes Pech! Du hättest auch neben dir springen können! Nein, hätt ich nicht! Weil da die anderen beiden standen! Ich wär so oder so runtergefallen! Ja, das ärgert dich, dass du jetzt den Stern nicht bekommen hast, ne? Ja, wegen Bowsers scheiß Maschine! Ja, da muss JEDER vorbei! Das heißt, du musst dir ja... Ja, aber Yoshi kann sich den doch bestimmt jetzt an! Nee, er zahlt ja auch! 19 Minuten dann, ne? Ja! Oh, er verliert sogar alle und kriegt noch nicht mehr was! Ja! Aber er hat auch schon einen Stern! Da soll sich mal nichts anstellen! Da kann er sowieso nicht lagen, wenn die Tür da offen ist! Weil da die Tür zu ist! Ja! Jetzt kommen wir da hinten raus! Jetzt stiehlt er dir wahrscheinlich keine Münze! Wieso mir? Wahrscheinlich stiehlt er mir jetzt Münze! Ja, Yoshi ist ja Münze! Na ja, stimmt ja! Hihi! Jaja, du willst wahrscheinlich, dass Yoshi gewinnen! Nö! Ich will, dass ich gewinne! Ach ja! Mein Baby-Spiel sah es anders aus! Da müssen wir schon extra auf meine Birke gesprungen! Wart's ab! Die letzten fünf Runden entscheiden immer! Wie du weißt! Alles was davor passiert ist eigentlich für'n Arsch! Ja! Ist so! Aber da kann sich alles noch mal verändern! Du küsst jetzt die Rache in meines Lebens! Was? Ich hab' nur 18 Münzen, ne? Wenn neben mir alles klau ist! Dann komm' zu kommen! Ach! Jetzt stellst du den Stern von Yoshi! Ja! Ja! Wobei schon, dass das riskant ist, ne? Sobald der Gegner irgendwie zu Mario... äh... Buhokon irgendwie noch Sterne hat! Oder Münzen, beziehungsweise? Ja! Aber bis ich da hinten bin, Kaito! Ja! Dein... 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 Spiel kannst du gleich fortsetzen! Alter! Pokémon! Ja! Alpha Sapphire! Mach' ich nur kein Netzplay vom Alter so echt an! Im Augenschein hab' ich aber Ken gerade da rumlaufen so eng! Augenwinkel! Du hast so einen Augenkneist! So! Von wem klau ich den immer? Vom Studio? Nee! Geht da gar nicht! Nee! Kann ich doch gar nicht! Hab' ich nicht genug richtig für! Ja! Wacht doch von mir! Nö! Lohnt sich ja gar nicht! Nee! Du hast weniger Münzen als ich! Ja! Ja! Wir auch! Toll! Zwei Münzen! Von mir hätte sie drei gekriegt! Ja! Das weiß man ja nie! Oh! Jetzt hab' ich meinen 23! Bosa's Grimassen! Ja! Dann versagt mal wieder schön! Scheiße! Ich bin grad Zweiter geworden! Mein Bakugan! Hinter dir! Was ist das? Äh! Kannste gar nicht sehen! Ich hab' den Bildschirm angeklappt! Ähm! Wo ist denn meine Hand? Ach ja! Wo muss ich sagen? Oh! Die braunen! Was ist da? Der Kiefer ist doch eigentlich gar nicht! Soll ich das? Ja! Soll ich das? Ja! Der Kiefer ist ein bisschen weiter! Vielleicht noch! Gerade so! Ja! Ein bisschen weiter noch! Äh! Scheiße! Ich kann überhaupt nicht steuern! Der Kack-Ding! Ach ja! Letzter! 92! Ja! Du kannst das doch besser als ich! Ja! Ich hab halt eben ein künstlerisches Auge! Was ist das hier eigentlich? Ein Bakugan! Hallo! Hörst du doch jetzt mal auf wie die Kamera zu halten? Das ist Schleichwerbung-Gier! Scheiße! Ja! Die Kunden wollen doch auch sehen was das ist! Kunden? Ja! Ähm! Jetzt wissen wir's! Dimensio ist gekauft! Ich wusste es! Nein! Dimensio! Er wurde gekauft! Schreibt! Ihr kriegt von Kaito Was ihr wollt! Wenn ihr... Wenn ihr rät, was es war! Obgesehen davon, dass ich es vorhin verraten habe! Was war denn das? Das ist auch ein Kurzzeitgedächtnis von einem Goldfisch, oder? Ja, hab ich! Ich hab ein Kurzzeitgedächtnis wie Vario! Ja, sieh da! Das kann ich sogar unterschreiben! Maria! Zehn! Ich hol' ich mir jetzt diesmal wenigstens den Münchstern! Ja, aber du musst ja immer, ähm, noch Münzen bezahlen, ne? Bei Bowser! Naja, jetzt hab' ich ja genug Münzen! Du hattest aber gerade Pech! Ja, das war einfach nur Pech, weil's in so der frühen Runde war, wo ich noch nicht genug Geld hatte! Weil ich das ja auch mal leisten kann, wenn ich ja Dinge ins Fährste! Nur A drücken musst du! Okay! Na ja, warte mal, ich bin Mario, oder? Ja! Sein voraus, dass ich nicht Joystick benutzen muss! Das ist nur der Dirigent! Okay! Ich hab' noch nicht gesehen! Wer bin ich denn? Achso, ich bin ein Spieler, okay! Na ja ... Alter! Alter! Du warst zufrieden mit meiner Leistung. Ja, ich auch. Nee, bei dir ist aber wieder kein Schein drüber. Was, wieso das denn nicht? Ich hab alle Noten getroffen. Hä? Wie viel verarscht? Ja, nur die Besten kommen weiter immer. Ich hab aber... Boah, das Spiel ist so für'n Arsch. Ja, bei dir war wieder kein Schein drüber. Wie leckst du's mal? Das wollen sie gar nicht mehr. Ja, wenn wir alle treffen und du verfehlst einen einzigen... Ich hab keinen verfehlt. Ich hab alle getroffen. Vielleicht hast du's zu früh gedrückt oder sowas. Was? Das Spiel ist einfach unfair. Da, geschieht dir recht, Luigi. Achso, du bist ja mag, aber warte. Cool. Und der klaut dir jetzt vielleicht einen Stern da vor der Nase weg. Weiß ich nicht, ob er da überhaupt nicht kommt. Na, komm dann. Före weh in der Tür. Hä? Ja, vielleicht ist er bei dir auch noch zu, dann hinterher. Ja, nee. Ist doch die nächste Runde erst, wenn ich da rein komme. Ja, klar. Aber du bist doch noch nicht da. Vielleicht brauchst du zwei Runden und dann ist er wieder zu. Ja, ich will vielleicht nicht mehr sehen. Ja, aber wir schaff's. Ja, ist klar. Weil ich vor einem Stern stehe. Und dann klaut ein Bosa wieder weg und ich kann's mir wieder nicht leisten. Bruder, wieso? Wieso, mein Bruder? Mein eigener Bruder? Ich glaub, ich muss ihn töten. Ich bin doch nicht einmal erster. Ich hätte eigentlich vom Vario klauen müssen. Ja, genau. Jetzt tauscht er mit mir einen Platz, ne? Nein, mit Luigi. Wieso das denn? Ja, das war Zufall, mit mir du da tauscht. Ja, aber Computergegner schummeln doch, weißt du doch. Ich bleib bei meiner Theorie. Ich sag bloß, du zahlst 20 Minuten, damit die Dinge zu wird. Zur Tür zu geht, damit ich da nicht langkomme. Ich bin als Letzter dran. Das bringt dir gar nichts, ne? Die anderen kommen dann auch nicht durch. So. Wir müssen geradeaus weiterlaufen. Dann kommst du wieder so länger links. Das haben wir sowieso nicht mehr leisten können nach Bowsers nochmal. Doch! Man verliert ja nur 19 Münzen. Du bist nur ein Arschloch, weißt du das? Du bist dein letzter Arsch. Ich würde ja eigentlich gar kein Spiel mit dir spielen, wenn ich keine anderen Freunde hätte. Wenn ich nur andere Freunde hätte. Aber ich hab leider nur dich. Das kann ich nur diesen Einzelgängern. Ja. Graben, ah! Weck mich doch an deine Grinsen, zack Arsch! Wenn ich den nicht kriege, dann kriegst du dir auch nicht. Wasser! Jo! Mir! Zurecht! 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 Ja also, jetzt bist du wieder zufrieden. Nein, bin ich nicht. Du bist immer noch am Leben. Alles zumindest dein Charakter. Mark, du bist weiter. Was willst du mehr? Dein Tod. Jetzt gehen wir doch wieder nach unten. Ja, kann ich nicht. Doch, die gehen jetzt wieder nach unten, die Tür. Ja, aber ich kann doch nicht mal lang. Bei so'n Arsch, wie ich da runter und hochgeschickt hab. So'n gewisses kleines Arschloch. Ja, ich geh ja dann dafür für dich lang und erzähl dir dann, wie's war. Ja, ich hoffe, boah, das verfickt dich. Ja! Du musst mehr bezahlen. Oder du verlierst alle Münzen, so wie die eine zuvor. Nee! Geht da nicht. Geht da gar nicht. Aber da nicht. Verlierst du immer Moins zum Münzen, weil er ja an einem immer bekommen ist für ihn. Das ist nur Yoshi. Na, da kann ich auch in Ruhe. Beim Barbie-Spiel weiter spielen. Hallo, das ist Pokémon. Einmal satt viel, ja? Fängt fast mit dem selben Buchstaben an. Ja, dazu ist zu sagen, die Mencio war ein Durchschuss sehr immer schlecht. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, wie er's durch die Schulzeit geschafft hat. Ja, wenn ich Dinge gehabt hätte, ne? Finish! B reinflunzen, nein. Der hat zehn Münzen gekriegt. Ja, aber auch schon, das Spiel ist auch nicht schwer. Ja, ich hab jetzt gar nicht hingeguckt. Du etwa? Nö. Aber ich hab das Spiel schon mal gespielt, deswegen weiß ich das. Verreck! Verreck, du Arsch! Ja, genau, Linus. Ja, genau. Ausruffeld, genau. Ich hoffe, du... Lass dich was Schlimmes geschehen. Ja. Lass dich einen Stern verlieren. Und am besten gib ihn mir. Ach, scheiße. Das bin ich schon mal nicht. Das bin ich auch nicht. Das steht echt gewürfelt. Ja, das ist gut gewürfelt. Dann kannst du dir das nicht mehr leisten. Ja, aber kein Stern. Ich hätte mir ihn sowieso nicht leisten können, ne? Auch mit 22 nicht. Weil Bau seit Mega 19 abgezogen. Ja. Ne? So, egal. Hauptsache, du verlierst Münzen. So. Jetzt haben wir mal recht. Uh, das war knapp. Dann hol ich mir jetzt wenigstens den Stern für Münzen. Haben wir mal! Für Münzen. Das hat man schon lange wie mehr. Was ich jetzt schaue auf? Das hab ich noch nie gesehen. Was denn? Wie ein Baum von einer Stage in die nächste gewechselt ist. Ähm. Man kann ja... Jetzt müssen wir beenden. Sollen wir beenden? Ja? Okay, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Keite und... Und euer Demenso. Ciao!